Ich brauche auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber, mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann sollt ihr die Armee bekehrt machen! Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an einem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrutscht! Geben Sie doch bitte Platz. So ist gut. Jawohl, die Lage ist aussichtslos, aber sozusagen beschissen. Geben Sie doch bitte Platz. 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 Ich habe meinen Gefäßtstand. Ich habe den Gefäßtstand nicht verlegt. Am besten, wir sollen nach Westen. Wie sollen wir hier noch führen? Ich stehe tausend Meter vorm Feind. Sie kommt rein. Herr General. Herr General. Herr Meinsch. Ah, hilf mir da! Hilf, hilf mir da! Donny! Dr. Donny! Hallo. Hallo. Das Meldungen, Herr General. Es soll erschossen werden. Was? Wieso denn? Man glaubte, ich hätte meinen Gefäßtstand von Südosten vom Feind weg nach Döberitz im Westen verlegt. Wäre vernünftig, Herr General. Kommen Sie mit. Das haben wir jetzt abgebrochen. Das haben wir jetzt abgebrochen.